Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf diesem Kanal. Neben mir, ganz in echt, ohne Zoom, der liebe Henry. Und ja, ihr werdet ja hier auf meinem Kanal bemerkt haben, dass sich so die Dynamik ein bisschen verändert hat. Ich lade selten Videos hoch, meistens nur Zoom-Interviews. Dazu werde ich nochmal separat ein Video machen und euch einfach mal so ein bisschen über die Hintergründe beleuchten, warum das aktuell so ist. Henry und ich, wir haben uns jetzt fast zwei Jahre nicht gesehen und es gab jetzt auch schon über zwei Jahre keine Videos mehr mit uns direkt nebeneinander, nur Zoom-Videos. Ja, wir haben uns jetzt seit fast zwei Jahren wieder gesehen. Henry war ja in den letzten zwei Jahren so ein bisschen unterwegs. Wir haben ja lange Zeit zusammengewohnt, die uns ja regelmäßiger verfolgen müssen, dass wir gute Freunde sind, dass wir auch zusammenarbeiten. Und jetzt nach zwei Jahren haben wir uns wieder gesehen. Wir befinden uns gerade südlich von München. Ein guter Freund von uns, ja, der hat hier die Möglichkeit, den Raum, dass wir so in einer Gemeinschaft hier sein können. Und ja, es ist eine schöne Gemeinschaftszeit. Und ich habe mich total gefreut, den Henry jetzt seit fast zwei Jahren wiederzusehen. Ja, das waren jetzt wirklich zwei Jahre auch. Aber das ist auch ja dem geschuldet, dass man nicht so gut hin und her reisen konnte, weil man ja auch sehr stark eingeschränkt wurde. Ihr wisst, worüber wir reden. Und ja, und jetzt war die Möglichkeit auf jeden Fall da. Und ja, es ist auf jeden Fall schön, sich mal nach über zwei Jahren einfach auch mal wieder, ja, einfach in echt zu sehen auch. Und das ist einfach auch die Gemeinschaft zu genießen und einfach mal mit, ja, den Herzensmenschen, die man gerne mag, auch einfach mal zusammen zu sein und da einfach mal, ja, ein paar schöne Stunden zu verbringen auch. Und ja, wo wir jetzt ja auch eher intensiv an etwas gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich dazu noch etwas sagen möchten. Ja, wir haben intensiv an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet. Ich glaube, wir hatten das manchmal so angedeutet oder auch in privaten Chats auf Nachfragen immer gesagt, ja, wir arbeiten auf alle Fälle an etwas, was es so noch gar nicht gibt. Und zwar, ihr wisst ja, unser Herzensthema, unsere Berufung ist ja die schleimfreie Heilkost nach An- und Ehre. Da gibt es schon ganz viele Videos von uns. Da gibt es auch direkt eine Playlist mit Videos mit Henry, aber auch Videos zur schleimfreie Heilkost. Da haben wir schon ganz viel gemacht. Und wir sagen ja immer wieder, die schleimfreie Heilkost, wie An- und Ehre das damals etabliert hat, wie es auch für viele funktioniert hat, ist heutzutage gar nicht mehr so umsetzbar, weil sich einfach auch die Lebensbedingungen nochmal sehr, sag ich mal, drastisch verändert haben. Also Lebensbedingungen, die es so zu Ehrezeiten vor über 100 Jahren so nicht gegeben hat. Und deswegen sind wir auch dafür, die schleimfreie Heilkost zu modifizieren, sie zu verändern, sie anzupassen, vor allem sehr viel Grün zu integrieren, gewisse Maßnahmen zu integrieren, gewisse Werkzeuge zu integrieren. Dies erleichtert, ja, unsere Ernährungsweise anzupassen. Und so, dass man wirklich auch gut durchgeht, ohne körperliche Schäden. Was ich noch dazu sagen wollte, Henry, ja, es ist auch so, auch wenn Henry vor fast zwei Jahren ausgezogen ist, haben wir wirklich noch sehr intensiven Austausch gehabt über Telegram, wir haben telefoniert, ab und zu auch gesumt. Also ist es so, als ob wir uns, wir waren nie getrennt, wir haben uns einfach nur nicht gesehen. Und ja, es ist einfach schön, wenn es Menschen im Leben gibt, mit denen man so verbunden ist, und wo es auch kein Problem ist, wenn man über einen längeren Zeitraum getrennt ist. Weil wenn man sich so einfach, ja, einfach alles mitteilt, wenn man Neuigkeiten mitteilt, da habe ich auch immer Fotos geschickt von Jackie, von den Jungs, wir sind ja auch alle miteinander verbunden, und so ist auch überhaupt kein Problem. So kann man einfach da wieder anknüpfen, wo man eigentlich aufgehört hat. Ja, die letzten zwei Tage waren sehr intensiv, weil wir auch sehr intensiv haben uns an diesem Projekt gearbeitet haben, nämlich Videos aufgenommen, viele Videos, weiß gar nicht, Henry, wie viel Videomaterial wird es sein? Bestimmt, also 40 Videos, über 40 Videos. Und ich habe doch gesagt, naja, wenn die Videos nur 2, 3, 4, 5 Minuten sind, ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache, die Informationen sind so gebündelt, es gibt einen roten Leitfaden, und dann habe ich gesehen, okay, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, also wir hatten doch dann viel zu sagen. Ja, wir haben ja auch, Henry, du bist ja auch schon lange an der schleimfreien Heilkost dran. Ich seit 2016 habe mich Henry da auch nochmal dafür inspiriert, obwohl ich an und er wird schon länger kenne, das Buch, schleimfreie Heilkost, werde ich auch nochmal unten verlinken. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich die schleimfreie Heilkost kostenlos herunterzuladen. Könnt ihr euch direkt herunterladen. Ja, und wir haben jetzt auch viele, viele Erfahrungen gesammelt. Wir wollten das schon so lange machen, ein gemeinsames Projekt, so eine Art Videokursprogramm. Aber wir haben dann gemerkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, weil wir einfach noch gewisse Erfahrungen sammeln mussten, die wir dann auch alle in diesen Kurs einfließen lassen. Ja, wir schneiden sehr viele Bereiche an. Ja, also sowohl das Wichtigste auch, dass der individuelle Aspekt auf jeden Fall sehr stark dort geprägt ist. Also, dass das Ganze an jeden Einzelnen angepasst wird, also an euch selber. Und weil, wir haben das ja auch schon öfter angesprochen, es gibt da draußen viele Ernährungsrichtungen. Man führt dann eine Ernährungsrichtung durch, man merkt, es funktioniert für einen nicht. Und deswegen ist dieser individuelle Aspekt sehr, sehr wichtig. Und das haben wir halt dort auch in den Videos mit einfließen lassen. Und dann halt auch, wie ihr die Entgiftungsorgane unterstützen könnt, wie ihr den Körper unterstützen könnt. Dass halt alles wieder in Balance kommt und damit ihr euch auch super regenerieren könnt. Das ist in dem Kurs mit dabei. Auch Entspannungstechniken, ja, welche Bewegungsarten man durchführen kann. Und auf jeden Fall der größte Aspekt, was immer gefragt wird, wie schaut es denn mit der Ernährung aus. Also, die Ernährung spielt da einen großen Punkt. Und, ja, oder auf jeden Fall auch die Fastenarten haben wir noch mit einfließen lassen. Welche Entgiftungstechniken es auch gibt, mit denen man sich heutzutage auch unterstützen kann. Und worauf man halt eben einfach allgemein auch achten sollte, um sich halt einfach optimal zu unterstützen, sich optimal regenerieren zu können. Und vor allen Dingen auch eben, um auch in keine Mängel reinzukommen, sich keinen Schaden zuzufügen. Und das haben wir dort alles mit einfließen lassen. Ja, zu diesen Videos, die wir aufgenommen haben, wird es auch viel Zusatzmaterial geben. Also, viele, ja, Anregungen, Inspirationen, die euch einfach da gut durch diese, oder, ja, gut in diese Ernährungsumstellung zur schleimfreien Heilkost hineinbringen. Also, auch, ja, viele Aspekte haben wir auch schon teilweise auf YouTube angesprochen. Aber das ist diesmal noch so eine gebündelte Form, also wirklich wie so ein roter Leitfaden, den sich auch schon viele von euch gewünscht haben. Da kommen dann immer Nachfragen, könnt ihr nicht mal, macht ihr nicht mal, oder mal ein Buch schreiben. Also, ja, es gibt so noch nicht die schleimfreie Heilkost in modifizierter Form. Ja, es gibt da wenig Material. Es gibt YouTube-Videos, der Tobias Steinhäuser hat ja auch einiges dazu gemacht. Auch die Emma, ich glaube, ihr Kanal heißt jetzt auch Emma circa. Genau, es gibt ja einige, die auch dazu was machen. Professor Spöhr macht das ja im Englisch-sprachigen Raum. Da haben wir uns auch so Inspirationen geholt, weil die auch schon sehr lange, 18 Jahre, 20 Jahre dabei sind. Und, ja, also es ist wirklich so ein Herzensprojekt von uns. Und wir freuen uns sehr, ja, das für euch aufbereiten zu können. Das ist wirklich so, ja, unsere Berufung. Das sehen wir so als unsere Berufung, als unser Herzensthema. Und vor allen Dingen auch nochmal das Wichtige dabei, was uns auch sehr, sehr wichtig war, weil der schleimfreie Heilkost in dem Buch, da stehen natürlich die Informationen und die Informationen. Und man zieht sich dann immer das Wissen raus, was sofort am höchsten ist, ja. Das heißt mit den Früchten, mit dem langen Kasten und so weiter. Und das haben wir auch nochmal explizit in dem Kurs auch nochmal angesprochen. Dass man das halt auch nochmal genau versteht. Und uns ist ja eh immer wichtig, das wisst ihr auch, einfach diese langsame Umstellung, ja. Dass man da nicht in irgendwelche Mängel und Schäden reinkommt. Und das haben wir dort auch nochmal alles mit verarbeitet. Und auch nochmal, ja, genau erklärt, um das auch wirklich zu verstehen. Um da sich optimal zu unterstützen. Ja, das war es von uns. Also so geht es mit uns weiter. Wir arbeiten an einem Projekt. Wir sehen, wir haben regelmäßig Kontakt. Und ja, unsere Vision ist ja immer happy, dass wir vielleicht auch mal in einer Gemeinschaft zusammenwohnen. Also wir sehen uns schon nach einer Gemeinschaft mit sehr bewussten Menschen, die so ähnlich ticken wie uns, also wie wir. Und wer weiß, jetzt sind wir erstmal noch, jetzt wollen wir nochmal in getrennten Ländern. Wir sind eher weiter voneinander entfernt. Aber wir können uns durchaus vorstellen, ja auch mal in einer Gemeinschaft wieder zusammenzuleben. Weil ja, das hat ja damals, die knapp drei Jahre, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben auch viel, ja, wir hatten auch viele Themen aufgearbeitet. Haben voneinander gelernt. Und ja, es war auf alle Fälle eine schöne Zeit. Und ja, also ich würde Henry schon als einen meiner besten Freunde bezeichnen. Wir sind wirklich sehr gut verbunden und es ist wirklich wertvoll, so einen Menschen wie Henry so, ja, zu den engsten Menschen, ja, zu den Herzensmenschen zu zählen. Ja, es ist wirklich ein Geschenk. Danke, liebe Sicke. Ja, das war es erstmal von uns. Wenn ihr noch Fragen habt, auch zu unserem Kurs, ja, dann gerne unter diesem Video. Wir freuen uns, überregender Austausch. Und ja, wir haben auch überlegt, auf Telegram so eine Schleimfeierkostgruppe zu machen. Wir sind eher so auf Telegram aktiv, ein bisschen auch auf Instagram. Aber eher, ja, auf Telegram, um einfach da auch, ja, Beiträge reinzubringen. Auch Austausch, da kann sich dann unter den Beiträgen auch ausgetauscht werden. Wir hatten ja eine Gruppe auf Facebook, aber wir sind beide gerade gar nicht mehr so auf Facebook aktiv. Eher so auf Telegram. Und ja, kann sein, dass wir uns dort dann wiedersehen. Und dass wir uns dann über die Schleimfeierkost regelmäßig austauschen können. Ja, wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald. Macht's gut, alles Liebe.